Die nachfolgende Scheiße ist Satire. Satire ist Kunst. Ich hab ein neues Atari-Gerät. Ich zeige. Komm. Okay. Folgendes, wir machen uns eine Challenge. Okay. Wir spielen Dicta. Na, guck mal, meine Punktzahl jetzt. Scheiße, Mensch. Du willst ja nicht trainieren, geh jetzt. Ja. Warum hattest du das getan? Ah, hi. Hi. Warum tue ich eigentlich immer so, als wäre ich glücklich, happy und gut gelaunt? Naja, ich bin's, der Tourette Gamer. Willkommen zum neuen Video. Ich habe hier ein altes Atari 2600 mit einem coolen Spiel. Dicta hab ich gekauft auf Ebay. Nur 45,95. Ganz günstig abgezockt worden von so einem Arsch. Und das zeige ich euch heute. Und... Wer ist denn das schon wieder? Oh. Ich geb doch Besuch vom Tourette-Cousin. Scheiße. Ich hab den eigentlich aufgemacht, Mensch. Ach egal. Nee, ruhig. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Ich komme. Bin sofort da. Ich komm gleich. Ja, warte mal hier. Alles ist gut. Und... Hey, 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 hey. 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 Hey, hey. Hey, hey, hey. Echt? Zeig ich. Komm. Okay. Nimm Platz, nimm Platz. Aber nicht den ganzen Platz. Mach dich mal ein bisschen hier. Danke. So. Guck mal. Guck mal. Geil, oder? Was? Ich hab reingeguckt. Guck mal, schön, oder? Du hast nicht Danke gesagt. Danke. Bitte. Atari. 2600, hab ich neu. Moment. Ja? Ich dachte, das gibt es erst in 581. Nee. Wir haben doch jetzt 2016. Ja, richtig. Weißt du, wie alt das ist? Nein. Ich auch nicht. Muss mal hinkommen. Hör mal. Ist aus der 2600? Nee. Von 1986. Weißt du, wie das aussieht? Ja. Wie altes Modem. Ja, richtig. Guck mal, das ist ein Power-Knopf. So, eine Runde spielen? Hast du Bock? Nicht angehen! Du hast mich doch gefragt. Was ist das? Hast du gesehen? In der Runde... Das hat geleuchtet! Leuchtet nichts. Doch! Was ist das? Was ist das? Ja. Ja. Okay. Alles klar. Ich mach das Spiel an und dann geht's los. Okay. Ach, YouTube! Ihr dürft zugucken! Ha! Hier ist ja die Kamera richtig, ja? Okay. Okay. So, komm dann. Hau mal rein! Zeig mir, was ihr kannst. Du fängst an, kennst das Spiel nicht, oder? Na. Dann mach mal. Gucken, ob du das kannst. Du wirst so elendig versagen. Du wirst so elendig versagen. Das heißt, ich spiele keinen Zweispieler im Modus. Wir spielen nacheinander. Die höchste Punktzahl... Die höchste Punktzahl entscheidet. Also, gib dir Mühe, ganz viele Punkte zu kriegen. Keine Leben zu verlieren und weit zu kommen. Du musst diese komischen... Monster musst du mit deinem, äh... Spermerstrahl befruchten, dass die schwanger werden und bis die irgendwann explodieren, weil dein Kind so fett geworden ist. Und... Ne, ich... Du weißt doch, ich übertreib immer gerne. Meine Güte, weißt du, was ich meine? Ja? Da sind so Glöcke, die musst du drunter laufen. Wie ein Boulderdash. Die fallen runter und damit kannst du... Egal. Damit kannst du die Monster erledigen. Die Monster, die, äh... Die hinterherlaufen zum Beispiel. Ja. Okay? Aber aufpassen. Ich glaub, der Stern macht dich selber auch kaputt. Ansonsten mach einfach mal am Ende. Wenn du noch ein Monster da hilst, wird das fliehen. Nach rechts oder links oben. Du musst es aufhalten. Und wenn du schlechter bist als ich, machst du da gleich... Ein Ego mit. Ach, wenn ich schlechter bin, dann mach ich das. Okay. Ja, okay, dann mach rein. Mach! Viel Spaß! Lustig. Wirklich lustig. Das ist Anfängerglück, ey. Pass auf! Mann, scheiße! Warte! Ha! 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 Habe ich doch gewusst, Junge, dass du nicht so gut bist. Ja, warte. Leben verloren, mein Freund. Warte ab. Mhm. Äh, hallo, du sollst... Kannst... Du wirst da gleich Klimtüber oder wie man das nennt machen. Die Musik ist schön. Ja. Das Spiel ist doch schon blind. Ich hör doch schon monoton alles. Monoton, was erwartest du? Er hat nur einen Kanal für Ton. Da kann er Ton oder Musik und er will beides gleichzeitig. Das geht nicht. Ja, zweites Leben weg, mein Freund. Ja. Das macht schon alles. Ja, die Highscore wirft bei dir gerade. Ja. Ja, toll, super. Die Highscore wirft heiß. Fantastisch, super. Ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Ha, verloren, verloren, Junge, verloren. Mann hat viel Leben. Kann man wohin. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Mensch. Scheiße. Hey. Du bist kaputt? Guck dir mal den Score an. Mach besser. Lutscher. Dann mach's besser. Ja, mach ich auch. Pass mal auf jetzt. Ja, mach. Ja. So ein einfaches Kackspiel kann ich aber noch spielen, ey. Ich bin der Weltmeister bei Donkey Kong gewesen. Äh. Im Film Pixels, ne? Ja. Ich bin der Motorrad, ey. Ich bin der Motorrad. Ich bin der Motorrad. Ich bin der Motorrad, ey. Scheiße, das ist ja kaputt, ey. Komm, ey, ich ne runter. Ich glaub, jetzt hast du verloren. Was? Nee, ich hab nicht verloren. Ich hab hier noch mehr von den Joysticks. Ja, du verlierst das noch nicht. Da, hier, nimm. Da, da hast du ein Joystick. Da, jetzt noch ein Joystick. Da hast du noch ein Joystick. Ich würd mich beeilen. Ich hab noch zwei Joysticks, die ich kaputt machen kann, Mensch. Ich würd mich beeilen. Nimm den scheiß Ding her und anschließend schnell. Haha, ich hab trotzdem nie Level fertig. Das ist Level 1. Ja, und? Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. So, aber jetzt mach ich dich fertig, mein Freund. Warum fett Zahnarzt in einer durchgefitten, scheinstämlichen, Stärmer-Kanal-Ratten-Futze-Menschel? Ich bin Diana Jones. Ach, Mann! Wann lässt du mich denn auch ab jetzt hier? Na, guck mal, meine Putzer jetzt! Scheiße, Mensch! Scheiße! Was ist denn da? Scheiße! Du hast getötet oder so. Scheiße, du Mensch! Du Arschloch! Was soll das? Was ist das so ein Arschloch? Dir hat's nicht wehgetan? Nein! Ha! Klar! Scheiße, ey! Ich bin Hulk! Scheiße! Superman! Ich bin Iron Man! Ja! Iron Man! Du willst ja nicht trainieren, geh jetzt! Ja! Komm! Komm! Zeig mal! 30 Stück! Ja! Das ist ja nicht so, dass ich hier schon lange nicht mehr gemacht hätte, so! Ja! Wenn ich nicht mehr kann, musst du das hochheben, ja? 30? 30, okay! Ja! 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 UNTERTITELUNG Hh! Kuck! Arrrr! Gah! Hh! 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 Bofé! Hilfe! Hilf mir doch, verdammte Scheiß! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Hr! Nimm die Scheiße weg! Hh! Hrr! Hrf auch! Hmm! Ja, es geht nicht. Was sind wir noch einmal Nelson-Grennerin? Na ja! Nack! Ich helfe dir hier schon. Alles nicht gut. Das waren übrigens nur sieben. Du hast... Finlay hast du schon fast umgebracht. Du dummes Schwein. Wen willst du noch in unserer Familie umbringen? Elendes Arsch. Tolles Grinsen, weißt du? Das Grinsen kann nicht vergehen, wenn ich dir mit dieser Haufe so richtig eine reinhaue. Glaubst du, das mach ich nicht? Ja? Mein Bruder kann nicht so lange, du dummes Schwein. Oh... Scheiße... Scheiße, du bist wahnsinnig geworden! Du bist wahnsinnig, du Schwein! Oh... Ah... 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 Das reicht! Oh, mein Seher ist das getan! Oh, mein Seher ist das getan, mein Seher!